was gibt da unten der Holzfeld, da müsste eigentlich auch vielleicht die zwei noch und dann hey, da drunter kann er noch gehen vielleicht gibt es auch hier noch irgendwas, aber wie gesagt ohne dass ich genug Soldaten zum weiterbauen, ich kann ja trotzdem mal eine Festung hinbauen, vielleicht wird die irgendwann dann mal besetzt was hier los ist, das zieht sich jetzt wie Gummi irgendwas haben sie gefunden, wahrscheinlich Wasser ja, Wasser ja, gut, da hinten gehe ich mal die Bergwerke hin aber ich hoffe mal, dass das was da rauskommt naja, ist hier halt auch das Eisen knapp ist das alles was die noch haben, aber da kommt glaube ich, wenn ich jetzt ein Katapult baue, das kommt da glaube ich auch nicht überall ran würde ich jetzt mal sagen auch wenn hier unten mal irgendwie, dass man mal guckt, was es hier gibt oder der Macher hat ja auch keine Anstalten dort rein zu gehen naja, hat sich das Thema Kohle dann wahrscheinlich auch schon gleich wieder erledigt anja, hat sich das Polen So geht die Goldpulsung wieder hoch. Ah, sieht man nicht wirklich. Ah, die schwarzen haben wir uns gleich von der Landesgröße überholt. Eieiei. Was man jetzt her macht, geht ein Stück runter. Die können bloß hier drüben irgendwo sein. Ich will auch im Moment niemanden angreifen, weil wie gesagt, solange meine ganzen Soldaten ja so schlecht befördert sind, kann hier nicht mal inner reingehen vielleicht. Hier gibt es auch noch viel, aber da komme ich auch nicht ran hier oben leider. Ach ja, genau, der Holzfäller war noch. Wollen wir wahrscheinlich jetzt eh nicht viel bringen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Hier habe ich wahrscheinlich auch schon 5000 mal gesucht an der Stelle. Hier gab es nichts, das hat sich also nicht gelohnt. Da ist ein Katapult. Dann machen wir eine andere Musik rein hier. So, was ist das? Die 10 hat man, glaube ich, auch noch nicht so lange oft, oder? Oh. Hier könnte man noch einen Holzfäller hinschicken. Ja, komm, machen wir. Ich muss jetzt wirklich... So, das gab es als Musik zu dem Spiel. Okay. Guck mal, hier ist das ganze Gold drin. Ja, dann... Windsprake ist auch wieder in Ruhe drauf. Jetzt scheint es daran, dass die Eisenschmelzen kein... Dings haben. Aber da haben wir schon ein Eisenbergwerk. Vielleicht kann man auch irgendwie den Weg dorthin... ...verkürzen, dass das da ein bisschen schneller geht. Okay. Wobei der See hier ist nicht leichter... Äh... Der Fluss... Aber hier müsste ich doch eigentlich... So hier oben trüdeln können. Da können es auch keine Leute drauflaufen, aber... Das dürfte... Den Warentransport... Vielleicht ein bisschen abkürzen. Granit gefunden. Ja, supi. Das ist genau das, was ich am wenigsten brauche. Aber ich hole... Ich hole es trotzdem. Oh, meine Terracke wurde besetzt. Hat natürlich nicht gereicht. Oh, scheiße. Also Holzfüller bauen. Das wieder abreißen. Und dann da irgendwie eine Festung hinklatschen, oder wie? Wenn das geht. Das hat sich da endlich mal ein Soldat hin bemüht. Und dann hier hat es nicht gereicht. Das ist echt dumm. Der Holzfüller hat auch fertig. Gucken wir mal, ob hier irgendwie was... ...sich jetzt ergibt. Ja, das ist ein CS-Spiel. Boah, das hasse ich. Ich glaube, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt ja kein Let's Play wäre... ...was auf YouTube. Leider hätte ich mir schon längst mit einschlägigen Cheat-Tools von allen... ...zehntausend hier... ...Einheiten gecheatet. Hätte ich den Gegner hier platt gemacht. Aber so... ...soll ja ein bisschen ehrlicher sein. Dann mache ich die hier doch mit dem Katapult platt. Das ist vielleicht hier mal im Hinterland, die Leute. Na gut, die werden wahrscheinlich auch nicht wirklich frei. Wenn hier direkt das... ...Hauptquartier von den Gegnern dran grenzt. Darum gehen hier eigentlich so viele Soldaten rein. Da können wir auch wieder wegmachen. Der Holzfell, der ist auch weg. Hat es irgendwas Sinnvolles gebracht? Ich überlege gerade, ob ich hier das... ...das Gold, die Gold-Dingsung... ...direkt öffne. Aber ich glaube, einer reicht... ...also bringt mir das Gold jetzt ja eigentlich hin. Hier runter irgendwo. Vielleicht dort rein. Habe ich noch irgendwo was... ...was offen ist? Nee, ne? Vielleicht dort rein. Na gut, irgendwo werden sie es schon... ...Unterkriege beschleunigen. Das Ganze mal. Gold gefunden. Ja, noch da, wo ich nicht hinkomme. Ja, vielen Dank. Oh, die Musik, die ist mir irgendwie... ...die ist ja cringe. In zweiter, bitte. Wie gesagt, ich muss nur die CD zum Laufen bringen. Da haben wir nämlich die Original... ...mach qualitative Musik. So, da ist jetzt die Goldmünze. So geht die rein. Bestimmt hier rein, ne? Können wir gleich zumachen. Ja, tatsächlich. Können wir das mal aufmachen. Wasser gefunden. Ach, jetzt haut der ab und verreckt dann, weil der das Lager nicht findet. Das finde ich auch so dumm eigentlich in dem Spiel. Dass die nicht einfach ganz normal zurückgehen. Einfach in irgendeine freie Baracke oder sowas. Nee. Da verrecken die dann so. Jetzt haben wir das Thema Kohle auch erstmal wieder... ...erledigt. Macht natürlich auch Sinn, wenn man dann vielleicht nachdenkt, ob man das wirklich abreißt oder nicht. Aber so an sich... Jetzt ist er ja gestorben. So an sich ist er eigentlich dumm. Ja, die Musik, die passt schon besser. Und dann katapultiere ich die doch weg hier. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nicht Wasser gefunden. Wo haben die jetzt gesucht? Hier ist Gold, aber ich komme nicht ran. Auch wieder richtig spitzer. Ich brauche da, glaube ich, noch nicht mehr irgendwas hinbauen, weil... Ich da sowieso nicht hinkomme. Hier unten gu... Ah, hier unten... Jetzt aber auch nichts. Bis auf Wasser. Hier werden die Soldaten langsam befördert. Das ist gut. Wahrscheinlich müsste ich dann noch mehr... Gold... Produktion starten. Ach, ich mache nochmal eine zweite auf. Ich glaube, jetzt können wir wirklich noch... Jetzt, wo die Soldaten kommen... Die müssen natürlich auch befördert werden. Dann... Dann geht er ein Stück wieder hoch hier, Gold. Zack. Zwar nicht viel, aber... Die Militärmacht steigt an. Irgendwie hier drauf, weil hier gibt es... Hier könnte es auch noch irgendwas geben, vielleicht. So, was ist ja noch das Kohlebergwerk verbraucht. Okay, was ist das letzte? Ne, hier ist noch Gold. Achso, hier gibt es ja die Übersicht. Granit 2. Ne, Kohle haben wir jetzt im Moment keins mehr. Granit hat jetzt auch fertig. Das ist jetzt 60 Minuten nicht mehr gespeichert. Jawohl. Ich glaube, ich kann die festen Bus hier anstellen. Das ist das Äußerste. So, machen wir das mal. Oh, mein Gott.